In order to truly meet all requirements, such as usage with highly aggressive chemicals, drinking water or contact with food, GF Piping Systems offers different solvent-based special adhesives. Neben den traditionellen lösemittelhaltigen Klebstoffen gibt es auch einen komplett lösemittelfreien Klebstoff, das ist der Tanguyter Rapid. Der Tanguyter Rapid hat alle wichtigen europäischen Trinkwasserzulassungen. Neben den gesundheitlichen Aspekten gibt es auch wichtige technische Vorteile. So haben wir immer eine offene Zeit von mindestens acht Minuten, was die Bearbeitung, vor allem von grossen Dimensionen, wesentlich erleichtert. Dann kann man auch das System bereits nach einer Stunde mit führbarer Druck belasten, was ein entscheidender Vorteil bei Reparaturen ist.